So, schon wieder ein Hit Uah, Alter Ist schon ein bisschen schwerer als beim Wettbewerb immer die ganze Zeit Bei diesen Summerfests und sowas So, schon wieder ein Pärch, Alter Hier gibt es ja nur Pärche Ich weiß nicht was ein Pärch ist So Und natürlich eine Alge So Dann werfe ich die Dann werfe ich die Angel mal wieder rein, ne Hier bei uns an der Border-Counter gibt es nur Pärche Hier ist richtig Pärche-Bildung, verstehste? Ja dazu Valentin, Tag laufen hier ne Menge Pärche rum So Gut, dann nochmal M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Uah Upsa Okay Da machen wir was anderes, ein Briem Natürlich ein Briem Wie ein Dream, nur mit B, verstehste? Freu ich mich Ich habe mal einen Briem gefangen. Wahrscheinlich ein Bram. Einen echten Bram an Land gezogen hier gerade. Das erfordert schon Skills. Ja, ja, ja. Perfekt! Ja! Perfekt! Juhu! Noch ein Briem. Mit 20er Länge. Das lob ich mir. So. Dann guck ich mal weiter. Ah Mist. Wie spät ist es? 21 Uhr. Na fast 22 Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich übe einfach nur mal Angeln. Ich will nämlich ein bisschen Level Up in Angeln haben. Das sollen wir vielleicht noch mal machen. Deswegen angeln wir einfach ein Ründchen. Lalalala. So. Perfekt! Und ein Briem ist es wieder. Ich erkenne es bereits auf den ersten Blick. So. Den Max haben wir, den Briem haben wir. Da ist alles. Da kommt alles zusammen. Großartig. So. Okay. Eine Alge. Das freut mich. Alter! Wow! Wie viel Algen gibt es denn hier noch? Nein, 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 nein. Vielleicht, vielleicht müsste ich mal irgendwie... Vielleicht müsste ich mal den Angelplatz... Uah, Alter! Was war das denn gerade? Was, was, was? Ähm. Ich hab keine Ahnung, was das war. Das war doch ein Hai oder irgendwas. Oder ein Wal oder keine Ahnung. Ich hatte keinen Wal. Ähm. Ach. Ach. Beschissenen Algen. Das ist doch bestimmt ein Hinweis auf... Auf, auf... Ich soll doch bestimmt vegan leben. Deswegen... Die ganzen Fische hängen mir jetzt hier Algen dran. Alter! Wie viele noch? Sechs Algen haben wir schon. Wow! Hab ich ein Glück. So, komm. Yeah! Das läuft! Okay. Ah, perfekt. Gerade noch so. Und es ist ein Briem! Ein perfekter Briem mit einer 15er Länge. Na, da hab ich aber schon größere Brams gesehen. Da hatte ich aber schon größere Brams in der Hand, wenn ich mal sagen darf. Ähm. Na, gucken wir mal ganz kurz. 23 Uhr... Ne, fast 0 Uhr. Ah, Alter! Wie viel Algen kann man denn überhaupt... Ah, ich komm mir ja vor wie... Wie ein Japaner hier langsam. Bisschen Reis noch? Dann kann ich mit lecker Sushi machen. Oh, da ist mir gerade noch in Glitten. Oh, der Sack. Was für ein sackiger Briem. Aber 17er Länge. Ich hab keine Ahnung, was daran gut ist. So. Ja, der Schatz, der Schatz, der Schatz. Nimm den Schatz. Der Schatz. Ah. Perch. Großartig. Es ist knapp 1 Uhr. Das muss jetzt aber auch reichen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Äh, naja. Acht Fische, aber sieben Algen. Ist großartig. Wir haben quasi 50 zu 50. Fische und Algen. Das war heute... Naja, gut. Das war jetzt nicht so praktisch. Äh, das war jetzt nicht so erfolgreich eigentlich. Aber wir haben viele Fische gefangen. Das ist schon mal schön. Und hoffentlich können wir da auch... Hoffentlich können wir da auch was richtiges draus backen. Ich möchte was Leckeres. Ich möchte was Leckeres. Ich möchte... Ne? Hier. Lecker Happer. So. Wir haben auch noch andere Fische. Oh. Ähm. Ja. Das ist gut. Nicht. Die Algen kriege ich rein. Aber... Ähm. 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 Die alten Angeln brauche ich sowieso nicht, ne? Also ganz ehrlich, die alten Angeln kann ich rausnehmen. Und eigentlich... Achso. Und der Brim hat auch noch ein Sternchen dran. Und das Ding auch noch. Ähm. Hä? Wo hab ich denn den jetzt hingepackt? Vier? Wo ist denn der mit dem Stern gerade hingewandert? Achso. Hier. Ah. Okay. Ähm. Die Brille kann ich noch einpacken. Ähm. Soll ich vielleicht ne Müllkiste machen oder sowas? Oder vielleicht eine Kiste nur für Fisch? Oder soll ich... Ich pack die Fische in den Kühlschrank, oder? Haben wir da genug Platz für Fisch? Für so viel Fisch? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht in den Kühlschrank? Hm. Ich weiß es gar nicht. Die Kürbisse gehören hier sowieso... Huch. Gehören hier sowieso nicht rein. Backmeat gehört hier auch nicht rein. Was macht denn das da drin? Versteh ich gar nicht. Okay. Die Kürbisse können wir... Können wir... Die Kürbisse ganz ehrlich... Äh. Können wir hier... Dann mach ich mal hier die Kürbisse rein. So. Die gehören da rein. Backmeat gehört auch ganz woanders rein. So. Pass auf. Das Hotel Hü pack ich noch mal eben ganz kurz in die Tiefgarage. So. Und dann geh ich noch mal ganz kurz eben schlafen. So. Das Backmeat. Das gehört natürlich als Monsterloot. Gehört das in die Höhle. Weiß gar nicht warum das da drin war. Ja. Fishing Rod Proficiency. Und Crab Pot können wir jetzt... Äh. Können wir jetzt kochen. Und... Ah ne. Crafting Crab... Ach Crab Pot nicht kochen, sondern... Ach. Das ist ne Fischfalle. Also ne Krabbenfalle. Die können wir jetzt basteln. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Okay. Und wir können jetzt Dish of the Sea machen. Dish. Dish. Fisch. Schön. Haben wir wieder was gelernt. Und wir sind jetzt ein bisschen besser beim Angeln. Das müssen wir eh noch ein bisschen üben. Ähm. Ich guck mal ganz kurz. Wo ist denn hier? Farmers Lunch. Ähm. Paar Rezepte haben wir es ja hier. Arti Schockendip. Wo ist denn hier äh Fisch? Sardinen und Hashbrowns. Ich hab keine Ahnung was Hashbrowns sind. Das will keep you warm in the cold sea air. Plus 3 Fishing. Damit können wir bestimmt The Legend fangen. Wenn wir Fischen gemakst haben. Mit plus 3 Fishing. Oder vielleicht gibt's da noch was besseres. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Da kümmet bestimmt noch was. Rainbow Trout und Green Algae. Plus 1 Fishing. Ok. Fisch, Seaweed, Rice. Sag ich doch. Kann man lecker Sushi machen. Ähm. Rainbow Trout und Green Algae. Ich geh mal ganz kurz gucken. Oh. Die schneit wieder. Ja ich weiß das Post. Ist mir grad egal. Äh. Was mach ich denn hier? Ich geh mal kurz die Fische hier raus. Ich pack die mal in den Kühlschrank. Ich pack die mal. Ja doch. Ich glaube wenn die da rein passen. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich. Wir brauchen so viele Kühlschränke. Aber wir können ja leider keine eigenen bauen. Das ist glaube ich eine schlechte Idee die für den Fisch da rein zu packen. Und grüne, ja jetzt hätte ich die grüne Algen gerade mitnehmen können weil ich so schlau bin. Weil ich so schlau bin. Weil ich so schlau schlau bin. Weil ich so schlau schlau bin. Weil er so schlau ist. Troutzu. Drei. Na immerhin. Lecker. Die Troutzu pack ich auch mal rein. Dieser vertraute Geruch. Ahahaha. Ok. Haben wir mal gemacht. Regenbogenfische. Lecker. So. Ok. Backmeat. Zwei Angeln haben wir noch ganz ehrlich. Die Angeln kann ich doch wegschmeißen oder? Die werden wir nicht brauchen. Erstens haben wir zwei davon. Zweitens haben wir diese Angeln. Ich werde diese hier nie wieder benutzen. Ich schmeiß die weg. Auch in die. Ist egal. So. Hatt ich jetzt gemacht. Bisschen keinen Zwergenaufstand. So. Erstmal in den Brief gucken. Oh. Wie viel reif es. Sicher. Jetzt erst. Oh. Hut. 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 Oh. Da ist was noch nicht reif. Auch mal neu. So. Cool. So. Dann haben wir wenigstens ein bisschen die Früchtchen des Winters. Könnten wir verkaufen. Verkauft doch endlich mal. Ja. Dring mich bitte nicht. So. Den Snowyam müssten wir eigentlich auch da rein machen. Oder wir brauchen generell ne neue Kiste. Der ist ja momentan hier drin. Was macht der da drin? So. Flump. Oder wir packen die ganzen. Das ganze. Wir müssen da oben nochmal ne Kiste hin machen. Oder? So. Backmeat. 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 Ähm. Ja. Ist ja gut. Erstmal gucken wir am Brief. Erik. der Zaubermann des Landes. Okay. Der kriegt ne schöne Essenz. Ähm. Erstmal hier natürlich. So. Wir nehmen das Pferd. Und dann ähm. So. Huch. Jut. 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 Ähm. Das nehmen wir alles mit. Gold haben wir jetzt auch. Wieder. Oh. Falsche Richtung. Ähm. Und wir müssen. Pass mal auf. Ich pack mal wieder Gold rein. Zwei Gold. Nee. Ich pack mal wieder Eisen rein. Weiß nicht genau. Ob wir das unbedingt noch brauchen. Hallo. Wir müssen auf jeden Fall bald wieder Kohle sammeln. So ein bisschen. Zack zack. Ähm. Und ich wollte. Erstens. Das kommt hier rein. Und zweitens. Void Essenz. Eine braucht der. Also bringen wir dem Erasmus mal eine. So. Können wir da jetzt schon hin? Der hat bestimmt noch geschlossen. Oder? Da mach ich mal folgendes. Weißt du was? Bevor wir zum Erasmus gehen. Geh ich erstmal ganz kurz zu den Tieren. So. Hallo Freunde. Ja ihr seid so süß. Oh. Ein großes Ei. Wart ihr wieder fleißig? Na ihr Lieben. Lasst euch mal drücken. Und große Eier habt ihr auch wieder gelegt. So. Dann hauen wir die mal natürlich gleich vor euren Augen. Verwandeln wir die gleich in leckere Mayonnaise. Mh. Ich weiß gar nicht ob wir so viele Mayonnaise brauchen eigentlich. Ich weiß auch nicht warum ich die behalte. So. Ich hoffe immer noch dass wir daraus leckere Rezepte machen können. Aber vielleicht brauchen wir die Eier ja dringend für Omelette. Ich sollte Eier behalten und Omelette draus machen. Ähm. Falls wir in diese tiefe Höhle reingehen. So. Juuuut. So. Zack. Dann gehen wir ganz kurz hier rein. Und dann. Lalalala. Ein. Ja. Ein streicheli wieder für alle. Wie geht's euch denn eigentlich? Oh. Anderthalb Herzchen. Das ist nicht allzu viel Herzchen. Aber immerhin. Ich muss mich damit ja zufrieden geben ihr Lieben. Was soll's. Ich nehm jedes Herzchen das ich kriegen kann von euch. So. Erstmal schön an der Drüse fummeln. Dann hier gibt's auch nochmal zwei normale Milch. Das sind drei normale Milch. Oh. Was ist da los? Oh. Das sieht falsch aus. Hier. Ah. Vier normale Milch. Die Milch ehrlich gesagt. Heute können wir die mal ruhig. Verkäsen. Und den Rest pack ich mal in den Kühlschrank. Den lass ich nicht mehr hier lagern. So. Denn daraus machen wir uns dann Omelette für die Mine. Ich möchte nämlich unbedingt gerne in der Mine. Ähm. Weiter nach unten kommen. In der Wüste. Die Wüstenmine. Jetzt hab ich den Eimer wieder. Ah. Ich vergesse immer den Eimer abzulegen. So. So. Eine Voidessenz haben wir auch noch. Ich leg mal eben den Eimer ab. Hab ich die gefüttert überhaupt? Ich hab die nicht gefüttert. Ne. Ich hab direkt die Milch genommen und ciao. So. Ähm. Ich bin immer zu hastig. Ich will immer alles auf Eimer machen. Auf Eimer. Haha. Ich will immer alles auf Eimer machen. Hahaha. So. Und jetzt hier. Ja. Entschuldigung die Damen. Hier. War grad aus. Wie einfach das Steak vor sich her schiebt. Ist auch ein Traum. So. Und jetzt. So. Dann gehen wir mal nach unten. Dükidup, 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 dükidup. Dann schauen wir mal eben ganz kurz. Hardwood können wir auch mal wieder sammeln. Ich weiß nicht genau. Wann macht denn der Erasmus auf? 10.40 Uhr. Wir müssen auch noch zu Decay. Wir müssen auch unsere Hacke abholen. Und hier können wir mal ganz kurz die Würmer aus dem Boden prügeln. Großartig. Winterroot. So. Und hier gibt es wieder was zu kaufen. Wir haben leider kein Geld mehr. Hallo? Hä? Da springt der Eimer vom Pferd wieder und aufs Pferd drauf. Cherry Sapling. Duck Feather. Huch. Animal Product. It's so colorful. Schleim. Hammer genug. Sieggekamber. Tulpen. Solar Essenz. Monster. Ah, die haben wir ja schon. Amaranth. Plan Season 4. Take 7 Days. Okay. Können wir dann eh nicht machen. Stir Fry. Lecker lecker. Modern Tea Table. Frünsche. Mhm. Kostet aber 1000. Ich will momentan ein bisschen Geld sparen für den Frühling. Achso, wir wollten dann zu Erasmus. Erasmus. Hallo? Pferd. Pferd. Das ist ein fettes Pferd. Das kommt da nicht durch. Oh, und wieder ein Buch gefunden. Großartig. So, ich lass Pony mal stehen. Ja, ein Lost Book. Dann geh ich mal. So. Hier rin. Und wie sieht's denn aus? Mein Guter. Hier, guck mal. Oh. Oh. Du hast mir die Voidessenz gebracht. Du hast meinen Dank verdient. Ohntausend Gold. Und jetzt geh und hebe dich hinweg. Die Leute aus dem Dorf. Sie haben Angst vor mir. Und ich weiß nicht warum. Ich bin doch ein vertrauenswürdiger Mann. Das ist schade. Aber ich glaube, es ist menschlich, sich vor Dämonenbekannten zu fürchten. Das Problem ist ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das Problem ist... Äh, ja. Ich weiß nicht. Also es wirkt auf mich eher wie so ein verhärmter Graf Zahl. Ich bin mir da so unsicher. So. Und theoretisch, die tausend, die wir grad verdient haben. Weißt du was? Ich kauf jetzt nen Tisch. Bamz. Nein, warum machst du das? Weil ich's kann. Ich hab jetzt nen schönen Tisch für die Wohnung gekauft. Wenn Abigail einzieht, dann möchte ich nicht, dass die irgendwie von Pappkartons essen muss. Ja? So. Plim, plim, plim. Hallo. Ah, fettes Pferd. Das fette Pferd hat Winterspeck angesetzt. Es ist nicht der fette Mann da rauf. Es muss das Pferd sein. So. Ähm. Ein Tischelein. Das hau ich mal ganz kurz eben hier irgendwo hin. Ich weiß noch nicht genau wie es gut aussieht. Was ist das hier? Was ist das hier? Ja, warte mal. Achso. Nein! Was, was willst du denn da? Was? Das ist der Tisch? Der sieht ja spektakulär scheiße aus. Ach, der packt ja in der Mitte automatisch. Ja, okay. Also, weiß ich nicht. Äh, ganz ehrlich, hätt ich ja noch gern ein paar von diesen japanischen Stühlen. Dann kannst du den anbieten. Ne? Also, wenn du hier so diese japanischen Sitzmöbel hast. Die ohne Beine. Wo der auf dem Boden sitzt quasi. Dann wird der, glaub ich, gut. Aber so sieht der einfach nur aus wie, als hätte ich jetzt einen Slap hingebaut. Slapity Slap Slap. Halt, warte mal. Nur mal ganz kurz Fernsehen gucken. Äh, nein. Schade. Ich wollte ein Kochrezept lernen. Ich weiß gar nicht. Es ist Freitag. Heute ist das Dorf wieder am Party machen. Oh, warte. Ah, fuck it. Ist schon wieder so spät jetzt. Lohnt sich gar nicht mehr. Wie einfach alle... Wie er jeden Schritt einfach nur noch mit dem Pferd macht. Foules Stück. So. Das Ding ist schön. Ich überlege halt. Ach, weißt du was? Es ist 15 Uhr fast. Ich mach heute einen Günther-Tag. Wenn der Günther noch offen hat, dann mach ich heute einen Günther-Tag. Heute lohnt sich gar nicht mehr. Es lohnt sich gar nicht mehr, äh, ne? Auf die große Reise zu gehen. Wollen wir die Güntersachen? Die Güntersachen waren hier... Nein, jetzt lass das Pferd in Ruhe. Günther... Das ist ein Decay-Ding. Ich weiß ja nicht, ob der noch offen hat. Äh, Günther... Die hat er schon, ne? Ah ne, Günther... Dwarf School 2 hat er noch nicht, offenbar. Ähm, den hat er aber schon. Den haben wir schon. Geode, Geode... Frozen Tier... Kann da Günther auch nichts mit anfangen? Äh... Haben wir noch Günther-Sachen hier irgendwo? Nein. Okay, machen wir heute einen Günther-Tag. Eigentlich müssen wir noch zum Decay, aber ich glaube, der hat schon zu. Wenn wir da ankommen. Dann Günther war heute mal ein bisschen rum. So, Gün-Dier. Verstehste? So, ab in die Stadt. Und dann Günther war heute mal ein bisschen rum. Günther, mein Freund. Und hier, ich würde donaten. Einen ganz tollen, also ein paar leckere Essstäbchen. Hier. Dann habe ich hier diese tolle Goldplatte. Da, das Kernstück der Ausstellung. Dann hier noch so'n Ding. Und eine Scroll 2. Keine Belohnung! Keine fucking Belohnung! Ich hasse dich, du Kack-Günther. Dieser Günther ist der beschissenste Günther, den ich kenne. Technologie-Report. Die Blueprints von einem gewissen Maschinerie, bezeichnet ein Crystallarium. Haben wir, ein Crystallarium haben wir ja schon. Haben wir ja schon. Haben wir ja schon. Die Blueprints von einem gewissen Maschinerie, kann man mit Crystallarium aus fast alles geben, die ihre Bewohnern mit selten Supply von wertvollen Gems. Lalalala. Okay, funktioniert also nur bei Edelsteinen. Also leider nicht bei Minerali... Äh... Also nur bei Edelsteinen, aber nicht bei... Weißte schon. Ja... Prismatic Schard. Der EMF von der Schard interaktiert negativ mit dem Crystallarium. Okay, Prismatic Schard geht also nicht. Wenn wir einen Prismatic Schard finden... Ich hoffe, das kann ich mir merken. Wahrscheinlich nicht. Merken. Ich hasse Günther. Ah, Spacken. Günther... Ja, wusste ich's doch, dass der DK immer geschlossen hat, wenn wir ankommen. Der hat immer geschlossen. Der DK hat immer frei. Ich weiß nicht, was da los ist. So. Geschenke können wir diese Woche nicht mehr machen. Ähm... Aber wir müssen mal gucken, wenn's regnet... Ist Schnee eigentlich Regen? Wenn's heute reg... äh... Also wenn's heute schneit, können wir doch vielleicht... Wir haben noch 204 Gold. Wir müssen langsam mal wieder Sachen verkaufen. Ich will nur mal gucken, so aus Prinzip... Nur mal ganz kurz gucken... Oh... Glass Shards. Was immer das ist. Also... also... Glasscherben. Natürlich. Aber was uns das bringt, weiß ich nicht. Noch ein Buch. Ah, großartig. Großartig. So... Ich will mal gucken, ne... Normalerweise, wenn's regnet... Dann... Schneid's ja im Winter. Wisst ihr ja, ne? Also ist ja gefrorener Regen. Aber hier offenbar nicht. Der Typ ist nicht da. Wir müssen also warten, bis es wirklich... Wow. Ich will Korallen. Bring Korallen was, wenn man die verkauft. Dann würde ich jeden Tag hierher kommen. Ich weiß nicht genau. Hallo? Oh... 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 Hallo! Jetzt macht... Alter, wie der überall rumboxt die ganze Zeit. Oh... 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 Also wenn's im Winter generell gar nicht regnet, dann können wir im Winter also auch nicht heiraten. Oh, das finde ich... So ne weiße Hochzeit wär doch bestimmt echt schön, oder? Also weiße Hochzeit ist doch bestimmt ein Träumchen. Kann ich mir vorstellen. So jetzt wird's eh dunklen. Was willst... Oh... 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 Ich... Oh... Ich muss mein Haar... Mein wunderschönes Haar muss ich täglich ordentlich durchbürsten. Hm... Weil es so schön ist. Ansonsten klumpt es in klumpige Klumpknoten. Ja... Und das will ich doch nicht, weil mein Haar so schön ist. Oh... Weil ich der schöne Elliot bin. Oh... Der schöne Elliot. Ja gut, der Elliot... Ist äh... Ja... So... Gaul. Wo hab ich dich vergessen? Drüben... Ach, es ist eh Freitag. Ja gut, der Gaul kann jetzt mal... Der steht in der Kälte. Der arme. Ja... Hallo, darf ich auch mal durch? Juhu! Oh... Sie stand auf dem Sofa und ich stand daneben. Sie war mein Herzblatt, sie war mein Leben. Ich wollte sie ansprechen, aber ich wusste nicht wie. Das letzte Mal sagte sie, fick dich ins Knie! Oh... Okay... Huch! New Achievement? Was? New Achievement? Was denn? Ich kann's nicht lesen! Eine Sache, die ich gelernt habe, während ich hier geliebte... Während ich hier liebte... Niemand... Alle schauen... Es hat ja schon mal erzählt! Alle schauen dich an! Welches... Welches Achievement? Welches Achievement? Hallo! Ah! Bestimmt das Abigail! Super Herz Achievement! Abigail... 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 Ich liebe deinen Stale? Ne... Was da reimt denn sich auf Abigail? Abigail... Pfff... Äh... Abigail... Du bist schöner als Christian Bale? Ich weiß auch nicht! Hm... Ob ich... Ob ich... Sam... Einmal gewinnt lassen sollte? Pfff... Nein... Ich glaube nicht... Check meine Fotos auf Facebook... Okay... Zehn Sterne... Ne... Zwölf... Zwölf? Wie viele Sterne gibt's überhaupt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Zehn! Zehn Herzen mit Abigail! Alle anderen... Ja Carolin haben wir auch... Das ist die Mutti... Verstehste? Das ist die Mutti von Abigail... Verstehste? Ja? Knick knack... Jedenfalls... Jeden... Jedenfalls... Jedenfalls... Ähm... Ah... Hier haben wir überall ein Herz... Bei den anderen überhaupt nicht... Ich muss da mal... Müssen wir mal gucken... Da müssen wir mal gucken... So... Heiraten können wir eh nicht... Wir müssen warten auf den Frühling... Denn... Wir kriegen sonst das Mermaid... Mermaid Ding nicht... Wir kriegen das Mermaid Ding nicht... Du hättest es sein können! Du hättest es sein können! Was? Nichts... Da kommt der DK... Warte... Da kommt der DK... Was mit meiner Axt? Meine... Meine Axt? So ein Penner... Würde meine Axt haben... Ich meine Axt einfach nicht... Sowas hab ich auch noch nicht erlebt... So... Dum 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 dum... Okay... Es wird dunkel... Ah... Wir haben noch ein bisschen Zeit... Warum nicht? Wenn wir schon mal dabei sind... So... Können wir ja mal eben mach... Oh... Das war... Ich wollte gleich los starten... Ja... Einen Schatz haben wir... Und einen Fisch... Was ist der Schatz? Das ist... Das hab ich ihm am meisten... Ja... Und Algen... Das hab ich ihm am meisten gewünscht... Von allen Schätzen... So ein paar ekelhafte Würmer... Das find ich super... So... Ja... Und Algen... Na gut... Dann werf ich den mal raus... Das ist sehr großartig... Zehnbeschissene Würmer... Hier als Schatztruhe auch noch... Wer... Ganz ehrlich... Weiß ich nicht... Da muss man sich noch so anstrengen... Weißt du... Dann kriegst du endlich mal so einen Schatz... Alter... Was ist denn hier los? Uu... 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 Heilige Makrele... Alter... Hör auf! Alter... Hör auf! Fisch! Nein! Nein! Fisch! Hör auf! Boah... Fick dich Fisch! Fick dich! Fick dich! Ich hasse dich! Du verfickter Fisch! Oh... Alter... Leck mich am Arsch! Ich lass den! Oh... Wir waren so gut... Und dann dieser verfickte... Fickfisch... Entschuldigung... Ich muss das leider mal so sagen... Das war... Der heißt so... Aus der Gattung der Fickfische ist der... Das ist einfach ganz normal... Sind meistens paniert... So... Jedenfalls... Ja... Perfekt... Gott sei Dank... Ein Briem... Haben wir schon wieder ein Briem? Ein echter Briem-Boy... So... Scheiße... Jetzt will ich einen Fickfisch... Mann... Warum hab ich keinen? Warum hab ich keinen? Oh, ein Schatz! Oh, geil! Lohnt sich bestimmt voll! So... Ein Briem... Und ein Schatz! Was? Entschuldigung... Ich konnte meine Freude gerade... Was war das denn? Ich konnte meine Freude gar nicht verbergen... Ich war gerade so... Wow... Was? Was? Dieser verfickte Fickfisch... Ich muss es einfach sagen... Es tut mir echt leid... Das ist mal... Das muss ich leider... Das muss ich sagen... Äh... Ja... Angeln ist Mobbing... Angeln ist einfach nur Mobbing... Wer sein Leben in Selbsthass verbringt... Der angelt auch bei Sladiou Valley... So... Hab ich ihn mal eben mitgenommen... Dann kriegen wir noch ein paar Köder... Wetten ist wieder Scheißköder? Pirch... Ganz ehrlich... Naja... 30 Köder... Was soll's... Dann haben wir die halt... Also ganz ehrlich... Bei 30 lohnt sich schon wieder fast ein bisschen... Aber es ist eigentlich so... Eigentlich so... Naja... So... Ein Briem... Natürlich ein Briem... Was auch sonst... Länge 20... Wieder ein 20er Bram... Okay... Freu mich schon... Auf den nächsten Schatz... Ganz ehrlich... Wow... Wir bräuchten mal wieder was richtig geiles... So einen richtig tollen Schatz... Kannste später auch erzählen... Hat er auch voll den Schatz gehoben... Perfekt... Gott sei Dank... Gerade wollte er entfischen... Äh... Er wollte gerade entfischen... Toll... Wäre er fast entfischt... Ähm... So... Dim... 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 Heee... Wir müssen ja eh gleich... Wir müssen eh gleich nach Hause... Und Hottohymus... Alter... Ja klar... Logisch... Ich wollte den eigentlich fangen... Aber da dachte ich mir... Ne... Der ist... Der... Der Fisch hat mich... Ne... Den lasse ich wieder frei... Hab ich freiwillig... Alter... Was? Klar... Den Schatz angle ich nebenbei auch noch mit... Natürlich... Das nächste Mal nehm ich nur den Schatz... Ja... Schläf am Angeln ein... Bester Angler der Welt...